hallo und guten abend heute am 29 april 2020 gucken uns wieder ein paar juristische fragestellungen zum thema corona virus an jetzt freue ich mich erst mal dass ihr dabei seid hallo warten noch einen kleinen moment hallo yvonne heute bist du die erste jasmin hallo monika hallo wolfgang es wird langsam voller ja wir haben jetzt auch mittlerweile fast 20.000 mitglieder hier in dieser gruppe corona pandemie fällt heute aus die habe ich eigentlich gar nicht wann am anfang märz glaube ich gegründet da war ich noch in mallorca weil ich ebenso so kritisch mir die sachen angucken wollte was da alles so veröffentlicht wird und nicht geglaubt habe dass alles was so gesagt wird auch richtig ist und ich habe dann dieses video von dem herr doktor wurde gesehen habe mir überlegt das klingt für mich plausibel und das gucke ich mir mal an und ich versuche da mal etwas nach zu verfolgen und es ist schon spannend es ist schon spannend was man so alles lernt und wie nachrichten sich unterscheiden oder wie bestimmte nachrichten aufkommen es kommt jetzt vermehrt diese nachricht also das ist noch nichts juristisches es kommt jetzt ja vermehrt diese nachricht über die mit der oder von der sogenannten übersterblichkeit auf die übersterblichkeit ist ja im durchschnitt sterben in deutschland pro tag 2300 menschen und im winter oder im herbst und im winter also anfang des jahres und ende des jahres aufgrund von viren meistens influenza viren oder anderen viren sterben mehr menschen und das heißt es gibt eine sogenannte übersterblichkeit das heißt also mehr menschen als zu dem zeitpunkt im durchschnitt oder erwartet wird und jetzt ist ja in europa wird ja veröffentlicht dass 160.000 menschen eine eines das ist eine übersterblichkeit von 160.000 menschen gibt und jetzt kommen aber auch die die anderen argumente die sagen naja aber guckt euch doch mal an wer da tatsächlich gestorben ist und das von denen die gestorben sind ja nur ein ganz kleiner teil ein bestimmter ausschnitt an corona gestorben ist oder mit corona das heißt also die übersterblichkeit kann möglicherweise aus etwas anderem bestehen sie muss es nicht es kann durchaus sein dass durch corona viele menschen in den anderen europäischen ländern gestorben ist es kann aber auch sein dass durch die maßnahmen die getroffen worden sind viele menschen gestorben sind und deswegen deswegen wir eine übersterblichkeit haben das heißt ohne eine genaue untersuchung wissen wir das nicht und das ist glaube ich eins unserer wesentlichen probleme warum auch ihr alle hier seid warum so viele menschen hier sind warum so viele menschen mittlerweile in unsere partei widerstand 2020 eingetreten sind warum so viele menschen sich so unbehaglich fühlen weil immer wieder bestimmte dinge behauptet werden ohne dass es dafür valide daten gibt oder einen nachweis gibt und der nachweis dann immer hinterher gebracht wird und hinterher es dann häufig ein bisschen anders aussieht als es im vorfeld erzählt worden ist und das ist glaube ich so ein bisschen eine problematik und an der arbeiten wir uns gerade alle ab so jetzt sind viele leute da hallo janosch wir fangen an mit dem thema bundesverfassungsgericht und gottesdienste da hat habe ich glaube ich heute veröffentlicht worden eine entscheidung des bundesverfassungsgerichts da hat eine muslimische gemeinde geklagt und hat in die kommt aus niedersachsen hat in niedersachsen beantragt dass sie unter bestimmten bedingungen ihren gottesdienst gerade jetzt in der ramadanzeit das freitagsgebet im fast monat ramadan ausführen darf und in niedersachsen ist das mit verweis auf die corona schutzverordnung oder corona ford ich weiß nicht genau wie die niedersachsen heißt abgelehnt wurden und das oberverwaltungsgericht hat gesagt hat gesagt dass allgemein eben gottesdienste verboten sind das steht glaube ich soweit ich das sehe auch in allen verordnungen derzeit drin gottesdienste gottesdienste sind sicherlich nur erlaubt sind nur erlaubt zu beerdigungen soweit ich das gesehen habe dann bis zu 15 personen aber im grunde nach ist es überall verboten so da hat jetzt eine muslimische glaubensgemeinschaft in niedersachsen geklagt und da hat das bundesverfassungsgericht sehr sehr interessant sich dazu geäußert ich lese das kurz vor was da steht also die ausführung des oberverwaltungsgerichts sind zwar derzeit insoweit tragfähig als es eine vorläufige öffnung aller moscheen in klammern dazu gehören natürlich dann auch alle kirchen während dieser zeit bei ähnlichen schutzvorkehrungen wie bei verkaufsstätten abgelehnt hat das gericht kommt zu diesem ergebnis obwohl es zutreffend den überaus schwerwiegenden eingriff in die glaubensfreiheit nach artikel 4 grundgesetz anerkannt den der antragsteller mit seiner seinen ausführungen zur bedeutung des freitagsgebetes im fast monat ramadan plausibel dargelegt hat das heißt also sie sagen auch dazu die annahme des oberverwaltungsgerichts ist grundsätzlich nicht zu beanstanden das heißt also dass in den verordnungen steht gottesdienste dürfen nicht durchgeführt werden ist grundsätzlich in ordnung aber und jetzt kommt dann das aber da sagt dann eben das bundesverfassungsgericht jetzt muss ich mal gucken wo das hier angeht wo das hier losgeht der satz jedoch ist mit blick auf den schwerwiegenden eingriff in die glaubensfreiheit den das verbot von gottesdiensten in moscheen nach dem vorbringen des antragstellers jedenfalls insoweit bedeutet als auch freitagsgebete während des fast monats ramadan erfasst sind wie gesagt in klammern muss man immer den gottesdienst mit dazu denken in christlichen kirchen jedenfalls bei der derzeitigen gefahrensituation und der sich hieran anschließenden aktuellen strategie zur bekämpfung der epidemiologischen gefahren kaum vertretbar dass die verordnung keine möglichkeit für eine ausnahmsweise zulassung solcher gottesdienste im einzelfällen eröffnet in denen bei umfassender würdigung der konkreten umstände eventuell unter entziehung der zuständigen gesundheitsbehörde eine relevante erhöhung der infektionsgefahr zuverlässig verneint werden kann das war jetzt viel was ich vorgelesen habe das bedeutet aber dass das bundesverfassungsgericht jetzt sagt bei glaubensgemeinschaften muss man genauer hingucken man kann eben nicht einzelhandelsgeschäfte aufmachen man kann nicht tankstellen aufhaben man kann nicht supermärkte aufhaben man kann nicht teilweise schulen öffnen und dann aber sagen glaubensgemeinschaften dürfen nicht aufmachen jetzt sind wir ja gerade in der situation ein bisschen ähnlich war das vor einer woche oder zwei anderthalb wochen mit ostern und so ist es jetzt hier mit mit dem ramadan wir befinden uns halt gerade in ramadan dass das natürlich wesentliche kirchliche glaubensfeste sind die nicht dann verboten werden darf wenn man sie in irgendeiner form organisieren kann so und das hat das bundesverfassungsgericht jetzt noch mal klar gestellt das hat also dem grunde nach gesagt jetzt wieder mein wort dem grunde nach hat das bundesverfassungsgericht gesagt es muss die gesundheitsbehörde konkret prüfen ob man nicht in diesem fall so öffnen kann dass die hygienevorschriften die ansonsten in der verordnung stehen eingehalten werden dürfen das ist sehr interessant für uns aus juristischer sicht weil weil das eben wieder eine gewisse öffnung ausmacht und was noch interessanter ist wenn man so etwas liest als jurist ist dieser eine begriff sie sagen nämlich unter würdigung der konkreten umstände eine relevante erhöhung der infektionsgefahr zuverlässig verneint werden kann das heißt sie sind jetzt auch ein bisschen sie sind ein bisschen abgegangen von der frage jegliche infektionsgefahr ist gefährlich sondern sie sagen nur wenn es sich um eine relevante erhöhung der infektionsgefahr handelt das heißt also bisher war die aussage immer die wir immer wieder gehört haben vom verfassungsgericht auch von vielen verwaltungsgerichten und oberverwaltungsgerichten der schutz von leib und leben auf der einen seite ist unantastbar die freiheitsrechte und die recht auf religionsausübung und so weiter auf der anderen seite kommen sind sind geringer oder sind sind nicht so stark zu bewerten wie das so und das ist jetzt eben eine interessante entscheidung weil sie auf einmal sagen eine relevante erhöhung der infektionsgefahr das heißt das bundesverfassungsgericht sagt erstmalig wir müssen auch gucken wie schwer oder wie gefährlich ist eigentlich die krankheit wie ansteckend ist die krankheit und durch die maßnahmen die getroffen werden kann man dadurch nicht eine infektionsgefahr verringern jedenfalls so weit verringern dass das das andere grundrecht was geschützt werden muss nämlich ein freiheitsgrundrecht oder ein glauben dass das grundrecht auf religionsausübung oder meinetwegen auch meinungsfreiheit oder versammlungsfreiheit oder was auch immer alles da steht dass das auf der anderen seite eben auch berücksichtigt wird und damit ich habe heute eine nachricht gekriegt wo mir jemand gesagt hat ist ja keine so schöne entscheidung es ist tatsächlich eine öffnung also das bundesverfassungsgericht gibt jetzt hier den verwaltungsgerichten damit die klare anweisung in zukunft bitte gucken was sagt der staat eigentlich zu der infektionsgefahr die dadurch dass irgendeine maßnahme stattfindet erhöht wird oder wie relevant ist eigentlich die verringerung der infektionsgefahr durch maßnahmen wenn ich jetzt zum beispiel an die masken denke also möglicherweise hat das bundesverfassungsgericht hier uns für die thematik masken ganz gute hilfestellung gegeben weil eben wenn es einerseits um die relevante erhöhung der infektionsgefahr geht muss es ja bei der maßnahme auch eine relevante absenkung der infektionsgefahr geben und ob die masken das tun ist sehr zweifelhaft deswegen sehr interessante entscheidung und ich denke dass insgesamt jetzt auch die kirchen mutiger sein sollten was mir halt aufgefallen ist dass die kirchenvertreter sich ja mit mehr oder weniger mit denen mit den ministerien mit den ministerien und mit der bundesregierung glaube ich ins einvernehmen gesetzt haben dass sie eben da nicht versuchen was zu machen dass sie eben nicht gottesdienste durchführen wollen oder ähnliches und jetzt ist es eben erforderlich dass die das auch machen hier schreibt gerade einer ich kotze hier gleich den christen wird schlichtweg verboten das stimmt nicht es ist allen verboten es ist den christen es ist den moslems es ist den juden es ist allen verboten laut den verordnungen und es ist jetzt hier eben eine muslimische gemeinde die geklagt hat dass die begründung die hier ist gilt aber für alle die gilt sowohl für christen als auch für juden als auch für moslems für alle glaubensgemeinschaften gleich und die haben halt geklagt genau hier schreibt die annette das glaube ich gerade die haben geklagt und unsere kirchen haben es hingenommen das heißt die christliche und die die evangelische und die katholische kirche haben es hingenommen es waren glaube ich einzelne fahrer die da was versucht haben aber die haben es hingenommen und haben eben gesagt dann machen wir das so und machen eben online gottesdienste und so weiter das darf man eben nicht nicht vergessen so nächstes thema überlaufende gerichte da hatte ich gestern schon mal was dazu gesagt ganz viele gerichte sind überlaufen ich habe heute auch bei verschiedenen oberverwaltungsgerichten angeguckt die sagen sie können jetzt nicht mehr entscheiden und sie haben einfach so viele verfahren dass es kaum noch klappt entscheidungen relativ schnell zu machen das ist eben genau die problematik die wir haben und wir hoffen dass wir in irgendeiner form jetzt auch gerade bei den masken schnelle entscheidung kriegen ich habe jetzt auch einen sogenannten hängelbeschluss beantragt dass da etwas schneller entschieden wird das gesagt wird okay dann werden die masken erstmal ausgesetzt bis insgesamt darüber entschieden wird was die gerichte sagen wissen wir nicht und weiß ich auch nicht aber das ist der versuch jetzt habe ich aber hier eine nachricht das ist glaube ich hallo niedersachsen ndr da schreibt da schreibt ein richter ist das der schreibt oder wird interviewt und sagt was ich ganz merkwürdig finde ich denke ganz einfach dass tatsächlich auch weniger im kriminellen umfeld passiert durch die kontaktsperren durch das zurückziehen in die wohnungen durch das vermeiden von öffentlichen versammlungen wird es weniger aggression und weniger auseinandersetzungen geben da gibt es ganz viele psychologen und jugendämter und sozialarbeiter die genau das gegenteil sagen die sagen dass in den familien jetzt häufig eben viele gewalttaten passieren das heißt häufig häusliche gewalt findet statt sie findet an kindern statt sie findet an frauen statt teilweise auch an männern aber statistisch gesehen eben mehr an frauen und kindern das heißt also hier ist ein richter ich finde relativ weltfremd der sagt jetzt gibt es weniger kriminalität durch die durch die kontaktsperren und durch das zurückziehen in die wohnungen das kann ich mir kaum vorstellen das andere interessante was er hier in dieser in diesem interview gesagt hat das ist der übergang dann auch zum nächsten punkt der sagt nämlich die coronakrise werde die justiz verändern oder längst überfällige veränderungen beschleunigen sie werde aber auch ganz neue probleme bringen mit denen sich dann wiederum richter beschäftigen müssten durch die krise sind viele in insolvenz gegangen oder zumindest in arge wirtschaftliche schwierigkeiten geraten und nach dem infektionsschutzgesetz wird es entschädigungsklagen gehen die gehen jetzt auch schon bei uns ein es wird zunehmen das heißt also die gerichte diese über dass das die gerichte überlaufen sind das ist nicht nur jetzt so nicht nur jetzt in der corona zeit also wo wir auch nicht wissen wie lange das noch dauert sondern es wird auch im nachhinein sehr sehr viele verfahren geben das heißt also unsere gerichte sind einfach zu wir wissen letztlich nicht wie das alles zu bearbeiten ist also wir brauchen eine menge mehr richter gerade auch die na die schadensersatz sachen die entschädigungssachen die kommen werden die werden recht heftig sein ich denke dass es sehr viel sozialrechtliche auseinandersetzung geben wird dass möglicherweise viel viel mehr menschen hartz vier beantragen werden müssen und ähnliches das heißt also ich glaube eher dass die gerichte sehr sehr viel zu tun haben werden und straftaten denke ich gibt es auch noch genug wir können uns ja dann mal die statistiken später angucken aber im prinzip was er da sagt halte ich für für nicht richtig so dann habe ich noch eine entscheidung gefunden die schon von letzter woche aber ich habe die bisher noch nicht besprochen die ist vom oberverwaltungsgericht schleswig holstein da ging es um die frage ob outlet center ebenfalls öffnen dürfen wie die geschäfte wie wie andere geschäfte da war das in schleswig holstein verboten und da hat ein outlet center geklagt und das ist jetzt interessant für alle die von euch die auch kleine geschäfte haben die derzeit noch geschlossen sind möglicherweise auch für gaststätten und so weiter weil die tendenz die wir jetzt von den gerichten spüren die wird gerade die die verdeutlicht sich gerade ich werde das gleich noch mal ich werde das gleich noch mal insgesamt zusammenfassen aber die tendenz wird deutlicher nämlich da sagt das oberverwaltungsgericht schleswig holstein zwar verwirrt wie ausgeführt artikel 3 grundgesetz also gleichheitsgrundsatz dem verordnungsgeber nicht jede differenzierungen differenzierungen bedürfen jedoch stets der rechtfertigung durch sachgründe die dem ziel und dem ausmaß der ungleichbehandlung angemessen sind vorliegend fehlt es jedoch am vorhandensein eines sachlichen rechtfertigungsgrund für die ungleichbehandlung der antragsgegnerin antragstellerin mit den anderen aus aufgeführten verkaufsstellen des einzelhandels das heißt also die sagen erstmal was ist der unterschied zwischen einem outlet center mit maximal 800 quadratmeter und eben einem geschäft in der innenstadt und da sagt das gericht noch mal relativ deutlich es ist nicht erkennbar warum die umsetzung besondere hygiene und zwangsmaßnahmen zugangsmaßnahmen zur weiteren zwangsmaßnahmen ist witzig ne zugangsmaßnahmen zur weiteren eindämmung des corona virus in einem outlet center nicht mindestens ebenso gewährleistet sein soll wie in laden lokalen in fußgängerzonen einkaufsstraßen und innerhalb von einkaufszentren die antragstellerin hat zur beschränkung des zugangs von kunden relativ viele dinge getan dann zählen die das auf was die getan haben so das ist ja genau jetzt dieser punkt wenn einzelhandelsgeschäfte aufmachen dürfen warum darf dann nicht auch ein outlet center aufmachen wenn friseure aufmachen dürfen warum dürfen nicht nagelstudios aufmachen das heißt also genau diese frage die wir haben die 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 sich jetzt hier stellt also das bundesverfassungsgericht sagt es ist nicht mehr so schutz des der gesundheit andere grundrechte sondern schutz der gesundheit ist schon wichtig aber man muss immer gucken ob mit den maßnahmen die die möglich sind zum beispiel um die anderen grundrechte zu ermöglichen nicht maßnahmen getroffen werden können die dann diese grundrechte quasi auf gleiche ebene wie der schutz von leib und leben heben und es muss nicht absolut sein also es kann eben auch sein dass das ein gewisses restrisiko da ist aber eben nicht mehr dass man sagt ja weil eben der schutz von leib und leben so hoch ist darf das andere gar nicht mehr berücksichtigt werden das heißt das bundesverfassungsgericht hat hier einen gewissen paradigmenwechsel eingeleitet und dieser paradigmenwechsel wirkt sich jetzt darauf aus dass man immer guckt was ist gleich und was ist nicht gleich und wenn die dinge gleich sind dann muss man eben auch anders entscheiden da hat glaube ich auch das verwaltungsgericht in sigmarinen glaube ich für ein für ein müller geschäft müller drogeriemarkt sich entschieden auch positiv entschieden und gesagt die dürfen das gesamte sortiment aufmachen weil es macht keinen sinn nur ein teilsortiment aufzumachen also das heißt es passiert gerade was es ist relativ viel bewegung drin die bewegung kommt natürlich über die unternehmen und die geschäfte aber genauso ist es natürlich auch bei den bei den kleineren geschäften und das da denke ich das ist halt langsam aber es wird jetzt passieren und da müssen wir halt rangehen wir müssen jetzt gerade auch in nächster woche wo es in einigen bundesländern zum beispiel erlaubt ist dass eben nagelstudios oder ich glaube auch fußpflege fußpflegen und so weiter geöffnet haben und den anderen nicht dass wir da eben etwas tun ich sehe dass hier mit den fitnessstudios sehe ich genau das gleiche und auch hier müssen die fitnessstudios einfach weitermachen immer wieder verfahren stellen verfahren stellen sich wehren und im zweifel natürlich auch schadensersatz ansprüche haben zu können das ist jetzt noch mal der übergang in die ins nächste thema bekomme ich irgendwie entschädigung ich habe mal auf der seite von anderen anwaltskollegen ein bisschen rumgesucht und noch mal geguckt ob meine meinung die ich dazu habe ob die sich irgendwie da auch wiederfindet und es gibt kollegen in einer anderen kanzlei das werde ich auch noch mal veröffentlichen die sagen auch dass paragraf 56 infektionsschutzgesetz dem grunde nach analog angewandt werden muss analog heißt es muss auch auf andere fälle angelegt angewendet werden darin steht nämlich wir aufgrund dieses gesetzes als ausscheide ansteckungsverdächtiger krankheitsverdächtiger oder als sonstiger träger von krankheitserregern im sinne von 31 satz 2 verboten in der ausübung seiner bisherigen erwerbstätigkeit unterliegt und unterworfen wird und dadurch einen verdienstfall erleidet erhält eine entschädigung in geld das heißt also derjenige der krank ist oder als ansteckungsverdächtiger gilt und deswegen zum beispiel eine quarantäne hat der kriegt eine entschädigung in geld zum beispiel auch der selbständige oder der unternehmer der der das nicht hat und aber wie wir dennoch in solche situationen gebracht wird der kriegt keine entschädigung und deswegen sagen viele kollegen dieser paragraf 1 56 infektionsschutzgesetz muss analog auf alle anderen unternehmen auch angewandt werden und da würde ich euch allen raten stellt anträge ich werde das auch noch mal hier veröffentlichen ich werde auch noch mal den den link zu der anderen anwaltskanzlei machen da sind nämlich sämtliche behörden drauf bei denen diese anträge anträge nach 56 stellt dass ihr einfach wenn ihr unternehmer seid und ihr gerade nicht tätig sein dürft dass ihr dort einfach diese anträge stellt dann gibt es noch den 1a das ist für diejenigen die die kinder haben das heißt also wer kinder hat und deren kinder nicht derzeit nicht betreut werden können in schule oder kindergarten der hat einen anspruch auf entschädigung jedenfalls für die zeit die nicht ferien sind das heißt also wenn die kinder zu hause sind und ihr deswegen nicht arbeiten könnt bekommt ihr von über euren arbeitgeber unter bestimmten bedingungen das heißt ihr müsst möglicherweise erstmal urlaub nehmen oder bis nachweisen dass euer partner nicht auf die kinder aufpassen kann wenn ihr alleinerziehend seid geht das ja schon nicht das heißt also wenn ihr eben kinder habt und deswegen nicht arbeiten gehen könnt dann könnt ihr bei eurem arbeitgeber eine entschädigung beantragen der entschädigte arbeitgeber zahlt dann den verdienstausfall für die ersten sechs woche in höhe des tatsächlichen verdienstausfalls der kann sich dann von der zuständigen gehörde das wiederholen und nach sechs wochen gibt es dann 67 prozent ich glaube das soll jetzt demnächst erhöht werden das heißt also da gibt es dann eben wenn die kinder nicht wenn die kinder nicht in die kita oder in die schule gehen können ihr deswegen nicht arbeiten könnt könnt ihr eine solche entschädigung bei eurem arbeitgeber beantragen das ist § 56 1a infektionsschutzgesetz also das ist das ist nochmal eine sache die ich sagen wollte jetzt kommt hier relativ häufig die frage wann wann hört das endlich auf mit mit den ganzen verordnungen mit diesen ganzen maßnahmen das ist natürlich eine politische frage juristisch kämpfen wir immer nur punkt für punkt durch also wir gehen mehr oder weniger gegen bestimmte fragen also juristisch muss es immer ein bis ein anlass geben weswegen wir vor gericht gehen das heißt also jemand hat eben irgendeinen gewerbe und möchte dass das gewerbe aufgemacht wird jemand möchte eine demo machen und wir kämpfen für die dem oder klagen darauf dass die demo gemacht wird oder eben wie diese muslimische gemeinde die möchte in gottesdienst machen und klagt dann darauf dass in gottesdienst machen darf und so weiter das sind alles immer nur einzelfall entscheidungen die sich natürlich gesamt auswerten können also so zum beispiel wie ja gestern dass der verfassungsgerichtshof im saarland entschieden hat der ja gesagt hat als verfassungsgerichtshof die ausgangssperren in oder die ausgangsbeschränkungen im saarland sind rechtswidrig die müssen aufgehoben werden dann gilt es natürlich für alle wie das jetzt in bayern passiert weiß ich nicht ich weiß auch nicht wie eure situation in bayern ist weil ja in bayern steht ja drin aus triftigen grund darf man raus und das hatten ja schon die richter vom verfassungsgerichtshof in berlin gesagt was ist denn ein triftiger grund also willst du dein kind treffen oder dein enkelkind oder wen auch immer ist das doch ein triftiger grund also relativ viele triftige gründe gibt es eigentlich also ich hatte für mich persönlich war das so ich komme hier aus sachsen hier war ja bis zur letzten verordnung auch stand ja drin aus triftigen grund nur aus triftigen grund darf man rausgehen wenn man aber hier in leipzig rausgegangen ist waren die straßen voll also es waren immer menschen draußen also ganz viele menschen hatten triftige gründe und das so ich da weit ich das gesehen habe wurden auch quasi niemand kontrolliert so und dann haben sie die triftigen gründe aufgehoben und haben uns die maskenpflicht gegeben das heißt also dem de facto haben wir hier in sachsen eine verschlechterung und nicht eine verbesserung bekommen wir können aber nicht gegen die gegen gegen die verordnung als solche vorgehen weil jeder muss ein anlass haben das heißt also man muss an antragsbefugt sein und antragsbefugt ist dass man selbst davon betroffen ist und wir sind ja nicht möglicherweise nicht von allen sachen betroffen also natürlich sind wir irgendwie mittelbar betroffen wenn der friseur nicht auf hat oder so aber wir können eben nicht gegen alles vorgehen wenn wir keine kinder haben können wir nicht dagegen vorgehen dass die schulen geschlossen sind zum beispiel oder wenn wir nicht auf hochschulen sind können wir nicht dagegen vorgehen dass die hochschulen geschlossen sind sondern wir brauchen für alle für alle einzelnen bereiche immer wieder kläger und antragsteller die das machen da haben wir aber auch unglaublich viele also das darf man auch nicht vergessen wir haben unglaublich viele antragsteller und wir fangen jetzt an als anwälte ich habe mittlerweile ein immer größeres netzwerk an anwälten die sich bei mir melden die was machen wollen und wir ich denke wir sind sehr gut dabei die gerichte auch davon zu überzeugen und die gerichte dafür zu sensibilisieren dass die dass das was hier passiert dass die maßnahmen eben nicht mehr nicht mehr so so tragen wie das hier behauptet wird und das ist ja im prinzip genau das was ich gesagt habe was das bundesverfassungsgericht hier sagt dieser begriff eine relevante erhöhung der infektionsgefahr das ist total spannend weil das ist eigentlich ein paradigmen wechsel und das ist das ist eben das was jetzt demnächst und auch in den in den nächsten wochen denke ich passiert also es gibt leute das ist natürlich gucken in die glaskugel es gibt leute die mir gesagt haben das wird nicht mehr lange dauern wir werden in ein zwei wochen wird das hier alles vorbei sein ob das so ist weiß ich nicht hier kommt auch häufiger das sehe ich gerade häufiger dieses seniorenheim besuchserlaubnis da kann ich auch nicht viel zu sagen das problem ist ja das problem ist ja dass es im prinzip auf die heimleitungen übertragen ist das heißt die heimleitungen müssen entscheiden ob jemand ob jemand eine besuchserlaubnis kriegt oder nicht und das macht es halt ebenso so relativ schwer das heißt also wir müssen wir müssen dort bei der heimleitung nachfragen wenn die heimleitung nein sagt dann ist es eben relativ schwierig weil es ist das ist ja das was was uns alle so stört auch mit den masken dass man im prinzip ja den den geschäften oder bei den heimen halt den leitungen die pflicht gegeben hat zu überprüfen ob jemand besuchsrecht hat oder nicht und das macht es natürlich so unglaublich schwer weil es am ende ist es hausrecht und dieses hausrecht wir können gegen dieses hausrecht relativ schwer vorgehen wir können das natürlich versuchen aber das ist eben eben relativ schwierig die irene fragt jetzt hier gerade kann man für musikschulöffnungen klagen wenn man dort arbeitet schwierige sache solange du dein geld kriegst ist es möglicherweise ist es möglicherweise schwierig dagegen zu klagen weil wir eine tätigkeit macht und du kannst höchstens sagen schafft mir eine eine online möglichkeit dass ich die schüler unterrichten kann ich weiß nicht ob man musikschulunterricht auch online machen kann ob man das über 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 zoom oder mit oder irgendwas was es da so gibt machen kann dass das weiß ich natürlich nicht also im prinzip solange du als als lehrerin davon nicht betroffen bist als musikschullehrerin so direkt außer dass du eben den musikschulunterricht nicht machen kannst ist es relativ schwer da da einen anlass zu finden das müssten eher schon die schüler sein die sagen wir wollen gerne wieder in die schule noch ein punkt hier was was hier jetzt auch immer wieder hochkommt so dieses thema der neue präsident oder derzeitige vizepräsident der wahrscheinlich der neue präsident des bundesverfassungsgerichts wird der wird das alles ablehnen also der der präsident des verfassungsgerichts ist nur eine organisatorische aufgabe der steht nicht über den anderen der ist nicht der ist genauso nur eine stimme wie die anderen auch eine stimme sind das heißt also der ist nur der quasi der der verwaltungschef des verfassungsgerichts das stimmt nicht ganz er hat auch bei uns eine besondere rolle ist glaube ich der vierte mann im staat das heißt also die höchste position hat denke ich so weit muss ich aufpassen nicht dass andere juristen mich jetzt kritisieren ist der bundespräsident zweite zweit höchste amt im land ist der bundestagspräsident dritte höchste amt ist der kanzler vierte höchste amt ist der präsident des verfassungsgerichts aber der hat natürlich auch nicht mehr zu sagen als die anderen auch genau so was wollte ich noch sagen genau ich habe jetzt hier noch ein thema da wurde auch gefragt nach den befangenen richtern ja ich habe befangenheitsanträge ich habe keinen befangenheitsantrag gegen die richter gestellt und ich habe den richter gebeten dass sie sich selbst als befangen ablehnen weil sie ja über sich selbst entscheiden sie haben aber sie haben aber dazu hier in sachsen gesagt sie halten sich nicht für befangen in bayern haben sie überhaupt nichts dazu gesagt und das müssen wir uns einfach mal angucken das geht zum verfassungsgericht und es ist es ist eine schwierige situation ich habe mit vielen juristen darüber gesprochen und viele juristen sehen das auch so dass mein antrag richtig ist und manche wollen das jetzt auch stellen aber dem dem grunde nach sind haben wir haben sie jetzt erst mal gesagt wir sind es nicht und wir werden es dann vom verfassungsgericht klären ob die eigentlich hätten entscheiden dürfen oder nicht dann hatte ich noch eine frage eine frage gelesen da ging es um die pressevertreter ob die brett ob den pressevertretern ein platzverweis während einer versammlung erteilt werden darf kein oder andersrum ganz klares ja jedem darf einen platzverweis erteilt werden wenn es denn erforderlich ist allerdings unterliegt der vertreter des presserechts in dem moment ja nicht dem versammlungsrecht sondern eben der pressefreiheit und das heißt der darf natürlich nur aus anderen gründen zurückgeschickt werden das heißt wenn eine versammlung aufgelöst wird von durch die polizei darf die polizei den versammlungsteilnehmern einen platzverweis erteilen sie darf aber nicht den pressevertreter einen platzverweis erteilen aufgrund der auflösung der versammlung weil der pressevertreter soll ja genau über diese versammlung oder über das was danach passiert berichten und deswegen darf er das und das heißt in dem darf eigentlich nur einen platzverweis erteilt werden wenn er sich selber in gefahr begibt ja eigentlich nur wenn er sich selber in gefahr begibt oder wenn dort eine gefahrenlage ist und gesagt wird geh jetzt besser weg weil sonst hast hast du probleme sonst ist ein platzverweis von pressevertretern im grunde nach nicht nicht zulässig im rahmen einer versammlung so genau jetzt habe ich hier noch stehen genau ende der maßnahmen das ist genau das was ich sage wann das ende der maßnahmen kommt wann das absehbar ist wissen wir nicht wir kriegen ja auch immer wieder neue nachrichten es würde jetzt also das ist ist finde ich ist sehr auffällig jetzt soll ja morgen glaube ich über die neuen verordnungen wieder diskutiert werden und jetzt kommen wieder ganz viele horrormeldungen irgendwelche jetzt werden auf einmal kinderkrank oder es gibt irgendwie eine kawasaki krankheit für kinder das finde ich auch auffällig dass da relativ viele dinge jetzt auf einmal hochkommen und wie schlimm das alles ist und die dieser dieser reproduktionswert ist auf einmal gar nicht mehr so relevant es ist also es ist also relativ relativ ungreifbar was was jetzt eigentlich der grund ist für die maßnahmen oder was der grund wäre die maßnahmen aufzuheben das ist übrigens das ist übrigens genau das was bei den gerichten gerade auch passiert wir fragen jetzt als juristen immer nach und sagen was ist eigentlich was ist der der maßstab nachdem eine maßnahme eingerichtet wird oder eine maßnahme zurückgenommen wird und da können die politiker gerade oder auch die die ministerien überhaupt nicht zu sagen das ist genau das was was gerade passiert und da werden wir immer besser und immer kriegen immer bessere entscheidungen ja auch am ende jetzt raus und ich denke dass das ist das in die richtung in die wir jetzt gerade gehen morgen nämlich morgen am samstag wird es in stuttgart soweit ich das mitbekommen habe eine relativ große demo geben auf der demo werde ich dann auch als redner da sein da sollen schon recht viele menschen kommen ich will jetzt keine zahl sagen weil das muss der veranstalter letztlich mit den mit der versammlungsbehörde dort klären aber es werden immer mehr menschen die auch auf die straßen gehen es werden immer mehr menschen die sich beteiligen wir können das ganze aber nur nur politisch lösen die gerichte sind überlaufen die arbeiten nicht mehr nicht mehr wirklich stark also die sagen jetzt auch also das kriegen wir ja mit die sagen geht zu den verfassungsgerichten aber dann sind die verfassungsgerichte irgendwann überlaufen möglicherweise gibt es relativ schnell einen umschwung das dann gesagt wird so ende jetzt es gibt keine belege mehr der der staat muss beweisen dass hier tatsächlich eine hohe infektionsgefahr besteht und beweist der staat das nicht dann heben wir die sachen auf das kann durchaus sein dass die gerichte das irgendwann machen ich glaube jetzt nicht so schnell daran aber dem wir sind an dem punkt dass das die gerichte auf jeden fall anfangen darüber nachzudenken und dadurch wird aber auch wiederum druck auf die auf die politik ausgeübt und die politik muss dann eben irgendwann nachziehen jetzt ist hier noch mal die frage wann und wo findet diese demo statt die findet ich weiß nicht genau wie das da heißt in stuttgart da auf dem kann statter festplatz statt wo auch die kann statter wasen stattfinden da wird diese demo sein alles gut im abstand das heißt also es werden sehr sehr viele menschen dort im großen abstand stehen und diese demo mitmachen können das ist in stuttgart es wird aber auch andere demos geben was mir halt aufgefallen ist dass zum beispiel der dgb zur zu online demos aufgerufen hat das heißt der dgb passt sich im prinzip auch an und sagt das geht doch nicht was hier passiert finde ich finde ich sehr schade ich habe jetzt hier noch relativ viele fragen gesehen zu dieser testgeschichte das ist ja das was ich euch gesagt habe das ist ja das was so was so ungerecht ist und so unfair ist die geschäfte haben das hausrecht die geschäfte kriegen eine gewerbliche erlaubnis also es ist im prinzip sehr so geregelt das infektionsschutzgesetz also jedes geschäft darf grundsätzlich sein geschäft aufmachen im rahmen der gewerbeanmeldung die es gemacht hat und im rahmen der gesetze ladenschluss gesetze und so weiter jetzt kommt die infektionsschutzverordnung die infektionsschutzverordnung sagt du geschäft darfst nicht öffnen und dann sagen sie es gibt aber eine ausnahme unter folgenden ausnahmen darfst du musst ein meinetwegen ein lebensmittelgeschäft sein darfst nicht mehr als 800 quadratmeter haben und du musst dafür sorgen dass in deinem geschäft die kunden und die arbeitnehmer masken tragen oder die arbeitnehmer durch irgendwelche vorrichtungen geschützt sind und die hygiene vorschriften eingehalten werden dann darfst du aufmachen das ist erstmal die regelung für das geschäft das heißt das geschäft hat dem grunde nach eine ein verbot wenn diese regeln nicht eingehalten sind was macht also das geschäft das guckt nach ob jeder diese maske trägt und wer die maske nicht trägt der droht quasi mit dem nicht maske tragen wenn er in das geschäft geht dem geschäft an dass es geschlossen wird wenn ein jemand vom ordnungsamt kommt und das bedeutet dann natürlich dass die geschäfte angst haben und dann akzeptieren die geschäfte nicht die atteste und nicht das was du vorlegst und das ist halt hausrecht wenn das passiert müssen wir müssen wir oder müsst ihr zu einem anwalt gehen und versuchen gegen die verordnung zu klagen das geschäft als solches vielleicht ich bin jetzt da zu wenig drin es gibt ja auch die sogenannte drittwirkung der grundrechte möglicherweise weil nicht alle geschäfte gerade aufhaben ist es erforderlich dass die dass die geschäfte euch einlassen auch ohne maske mit mit diesem attest aber das muss im prinzip auch das lässt sich am ende gerichtlich klären da muss man einen eilandtrag beim amtsgericht machen und muss dann eben sagen ich will hier dieses geschäft rein und kaufen und dann müsste man wahrscheinlich aber wird das amtsgericht sagen naja wenn ich konsum nicht rein lässt kannst du doch zur rewe gehen lässt sich rewe auch nicht rein und dann musst du halt am ende nachweisen dass du ihnen was weiß ich sieben acht neun zehn geschäften warst und alle geschäfte gesagt haben mit dem attest kommst du hier nicht rein und dann hast du eine chance dagegen klageweise vorzugehen ich weiß dass das alles schwierig ist und dass das alles doof ist und dass wir das alles hinterher aufarbeiten müssen und das wirklich wirklich diese regelung so bösartig ist dass eben die die geschäftsleute die das machen die erfüllungs gehilfen dieser maßnahmen der politik sind das ist wirklich wirklich schwierig das einzige was ich da nur empfehlen kann diskutiert mit den leuten in den geschäften lasst euch die 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 geschäftsführer holen bittet darum seid freundlich seid nicht aufgeregt sondern seid freundlich bittet darum dass die geschäftsführer kommt zeigt ihnen das attest sagt hey ich kann das nicht ich bin krank ich darf das nicht im zweifel bittet den geschäftsführer in dem moment wenn er da ist sagt doch einfach mensch ruft doch mal das gesundheitsamt an also wer so ein attest hat soll sich doch bitte meinetwegen die die telefonnummer seines gesundheitsamts oder die telefonnummer des arztes aufschreiben und im zweifel soll derjenige bei der polizei anrufen nicht 110 sondern bei der polizei schreibt euch auch auf das attest die nummer der polizei und sagt hier ich habe ein attest ich möchte bitte rein ist es möglich und wenn dann eben dort anrufen das ist aufwendig das ist doof das ist wirklich ja nicht fassbar aber das sind so die möglichkeiten die man anbieten kann weil wenn der geschäftsmann oder die geschäftsfrau euch nicht rein lässt dann kommt er nicht rein dann der hat das hausrecht und er sagt jetzt erst mal geht es nicht rein und das ist eben die schwierigkeit und ja wer kann setzt eine maske auf wer das nicht kann sollte es eben auch nicht tun und das macht es aber natürlich extrem schwierig und möglicherweise auch mal die anderen die umstehenden ansprechen und denen das erzählen mal sehen wie das wie das passiert ich weiß man er sagt dass bis dahin bin ich doch verhungert ich weiß dass das schwierig ist ich weiß auch dass die dass die lieferdienste alle dicht sind dass man da kaum was kriegen kann es ist extrem schwierig wir kriegen aber trotzdem und da muss ich euch mal wieder hoffnung machen die gerichte fangen an nachzudenken die gerichte verändern gerade dinge und das wird eben diese diese veränderungen kommen langsam das sage ich auch immer wieder sie kommen langsam 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 und wir kommen aber immer einen schritt weiter was wir dann hinterher dann noch daraus machen wie das hinterher aufbereitet wird auch politisch ich meine guck mal das wird jetzt hier auch die ganze zeit geschrieben ich will das hier ist halt mein juristischer kanal ihr wisst dass ich in dieser partei widerstand 2020 bin wir haben mittlerweile glaube ich 40.000 mitglieder oder so das heißt wir werden wir wachsen da ja auch ich habe gehört dass möglicherweise demnächst bundes und landtagsabgeordnete zu uns übertreten dass also es gibt da wohl diskussionen ob das so passiert weiß ich nicht aber es gibt diskussionen das heißt also wir machen natürlich auch wir versuchen natürlich auch politische dinge zu erreichen und ich glaube je mehr da passiert wenn je mehr druck da passiert desto stärker denken die politiker darüber nach dinge zu verändern ich habe ja in diese unterlagen da aus sachsen reingeguckt wie sachsen vor der vor der jetzt aktuellen verordnung diskutiert hat und da war immer ein wichtiger punkt können wir das den menschen noch vermitteln und je mehr menschen zeigen wir sind dagegen je mehr menschen zeigen wir wollen das nicht wir wollen anderes wir wollen unsere freiheit wieder haben desto schwieriger wird es für die politiker sich tatsächlich an diese maßnahmen zu halten und diese maßnahmen weiter weiter voranzubringen und wir sind jetzt erstmal gespannt nächste woche wird es wieder wieder spannend weil wie gesagt die friseure aufmachen und dann die ganzen anderen kleinen läden weil der der friseur ist ja dann im prinzip der erste laden wo es zu einem körperlichen kontakt kommt und das heißt ich kann mir durchaus vorstellen so wie die gerichte jetzt auch mit diesen 800 quadratmeter sachen entschieden haben dass wir da auch relativ viele entscheidungen kriegen die dann positiv sind das andere auch aufmachen können also für mich ist zum beispiel nicht nachvollziehbar warum ein friseur aufmachen kann und dann ein fitnessstudio zum beispiel nicht warum soll das fitnessstudio das nicht nicht aufmachen können also was soll da passieren was ich aber gerade vermute das ist so wenn man das mal beobachtet was passiert ist es ja immer so die machen jetzt was was leicht auf dann klagen wir dann kriegen wir in den klagen im prinzip recht aber erst so nach ablauf der weiteren zwei wochen relativ am ende dann wird aber auch häufig gesagt jetzt hat ja das bundesverfassungsgericht das das bayerische verwaltungsgerichtshof gesagt das ist zwar verfassungswidrig aber wird nicht ausgesetzt und dann kann die regierung das oder die politiker das eben für die nächste verordnung umsetzen das heißt sie sparen sie gewinnen dadurch noch mal zwei wochen im prinzip das ist so ein bisschen glaube ich der trick der gerade passiert sie machen ein bisschen was auf sie wissen dass es gleichheitswidrig ist natürlich weiß jeder minister jeder ministerpräsident jeder sparen weiß das frau merkel weiß dass die sind natürlich nicht dafür verantwortlich alle wissen mache ich ein friseur auf kann ich ein nagelstudio was ich immer als beispiel bringe nicht schließen mache ich ein friseur auf ist es relativ schwer fitnessstudio zu schließen klar kommt dann immer das argument beim fitnessstudio ist ja sport und da atmet man schneller und dadurch kann das virus schneller verbreitet werden gibt es aber auch keine wissenschaftlichen beleg dafür aber sie wissen das im prinzip und sie wissen dass es aber trotzdem länger dauert bis das dann vor gericht durch ist und bis sie es umsetzen müssen und das ist glaube ich gerade so der trick susanne fragt gerade wie lange kann man uns noch einsperren ich nehme an du kommst aus bayern weil soweit ich weiß bayern das einzige land ist wo noch die ausgangsbeschränkungen herrschen ich denke die ausgangsbeschränkungen in bayern werden auch am montag aufgehoben bin ich relativ sicher und genau diese maßnahmen die werden jetzt gemacht und es ist völlig klar man sieht ja jetzt auch an den umfragen man sieht es an den umfragen dass es eben in richtung impfpflicht geht das also versucht wird die menschen davon dazu zu bringen zu impfen ich bin weiterhin davon überzeugt dass es das nicht geben wird dass es eine verpflichtende impfung nicht geben wird aber es ist auf jeden fall die tendenz dahin und was das sehe ich auf jeden fall und da müssen wir halt auch alle zusammenhalten und sagen nein freiheitsrechte sind wichtiger und freiheitsrechte müssen auf jeden fall durchsetzen so das ist erstmal das von mir ja morgen bin ich wieder da ich gucke mal was es alles so gibt möglicherweise gibt es morgen was neues zu den masken ich werde auf jeden fall bei den gerichten wo die masken sachen eingereicht sind ständig hinterher telefonieren und nachfragen und gucken und werde euch dann informieren wenn da wenn ich neue erkenntnisse habe wenn irgendwas ist einfach versuchen fragen zu stellen ich sage aber immer wir haben so viel zu tun wir machen sehr viel wir wir verteilen sehr viel wir verteilen an kollegen aber ich kann leider nicht auf alles antworten ich würde super gerne alles beantworten und alles mir genauer angucken aber es klappt leider nicht immer bis dann so